Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde 1x1 auf dem Timolia-Server und heute mit dabei ist der liebe Endercreeper aka Benni. Der liebe Endercreeper möchte uns jetzt mal gleich erzählen, was wir machen. Genau, und weiteres seht ihr nach dem Intro. Und wir haben heute nämlich etwas besonderes vorbereitet, zusammen mit ihm hier, haben wir uns Arbeit gemacht, etwas wunderschönes gebaut. Wunderschön. Ja, hier seht ihr es und ihr seht schon Redstone und ihr denkt euch bestimmt, was gleich passieren wird. Es wird wunderschön, glaube ich mal. Und ich glaube mal... Ich muss die Sicherung hier aktivieren. Moment, ganz kurz. Ich mach mal den Geräusch auf 10. Vielleicht ist es nicht zu laut. So, und... Ja. Musik und Geräusche. So, wir haben ja einen Regenerationstrank. Dann gucken wir mal einfach, was passiert. Jo, jolo. Okay. Oh nein, ich bin reingefallen. Okay, gut. Also, willst du den Falter umlegen? Soll ich den Schalter umlegen? Ja, leg du den Schalter um. Soll ich den Schalter umlegen? Erst Trank der Regeneration reinhauen. Okay. Drei, zwei, eins. Eins. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Warte, wenn es zündet. Es zündet. Oh Gott, es zündet. Hilfe, was passiert hier? Oh Gott. Ich bin so gespannt. Oh, 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 oh. Leck, 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 leck. Heilige Scheiße. Oh, 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 oh. 10FS. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ich würde sagen, das war eine Sprengung nach Mars. Und ich würde sagen, es hat gut funktioniert, außer ein bisschen hinten da. Der Server ist nicht abgestürzt. Gutes Server, guter Server, muss ich sagen. Schade, ich habe gedacht, wir können einen Daumen bekommen, aber... Tja. Schade. So leid einfach ging das nicht. Was tust du? Wir müssen noch ein paar Friedensblumen hier. Wir müssen einfach noch ein paar Friedensblumen hier setzen. Tut mir leid. Es tut mir leid. So, warte, ich gehe nochmal hoch und mache einen Screenshot. Ja, genau. Sollen wir vielleicht gleich noch, sollen wir jetzt gerade ganz kurz noch ein ganz kleines PvP-Battle doch noch machen, dass es dann doch noch eine One-Way-One-Folge ist und nicht doch irgendwie so ein kleines Schwachsitz-Video. Genau. So, aber... Okay, ähm... Wir denken mal an die Blümchen. So. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach unsere... Ja, passt so eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Ja, wir haben hier Wandschwert, das... Hast du noch Regeneration? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Das ging ja relativ schnell. Okay, hier an die andere Wand. Okay. An die andere Seite. Das ist richtig. Moment. 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 An die andere Seite. Ganz andere Seite. Ja, an die ganz andere Seite. Oh Gott, oh Gott. Aber ich finde die... Ich finde die Arena sieht so viel schöner aus. Ja, irgendwie schon. Okay. Würde ich sagen? Drei, zwei, zwei, eins, go. Eins, los, los. Los, 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 los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh nee, ich krieg dich. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin gleich tot. Das coole ist, wir haben Federfallschuhe. Oh Gott, nee, oh Gott, nee. Heee, fünfeinhalb Herzen. Das war dann mit der Folge und wir sehen uns irgendwann wieder, Leute. Ja, ich hab gesagt, wenn euch so ganz kleine Schwachsinn-Videos für zwischendurch auch mal gefallen, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Guckt mal im Endercreeper vorbei. Link in der Beschreibung. Ja, bei dir auch. Also guckt bei ihm vorbei. Jo. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute. Ciao. Ciao.